Was ist denn aus hier? Frag die beide! Frag die beide! Frag die beide! Frag die beide! Frag! Frag! War so, seid mal ehrlich. Ja, was war denn? Woher redet ihr? Ihr habt nicht zugehört? Tebo, was soll ich dir jetzt fragen? Was macht der da? Was machst du da? Was? Was machst du da? Ich denke nach. Du denkst nach? Ich denke nach, ja, über das, was ich gerade gesagt habe. Warum auf diesen Teil? Weil es höher ist, man! Höheres Gedankengut, man! Was soll ich verarschen, man? Was soll ich verarschen, man? Hör du doch auf, man! Hör du doch auf, man! Jedes Mal das Gleiche mit dir! Tebo, ey! Ja! Was mit deinem Arm passiert eigentlich? Mein Arm? Ja! Du hast gar nicht gesehen, wa? Ich war im Dönerladen. Ich habe bestellt, ja, Döner. Ich sag's dem Abi, einen Döner. Er macht, ja, schneidet das Fleisch übertrieben. Ich guck so, Öl, Fett, alles läuft draußen. Richtig lecker, ja! Ich esse, ich... Bist du fertig? Was? Was mit deinem Arm passiert? Hörst du mir nicht zu, wenn ich was erzähle? Erzähl doch! Ja, hör mir doch mal zu! Du weißt doch, früher, ich hatte blaue Augen, wa? Was? Warte mal, warte mal! Du hast blaue Augen! Du hast blaue Augen! Du hast blaue Augen! Ja, jetzt habe ich braue Augen! Ihr seid keine ehrlichen Menschen! Weil ehrlichen Menschen gucken sich in Augen und ihr wüsstet, welche Farbe ich hab. Du hast braue Augen? Ja, jetzt braue Augen! Hörst du mir nicht zu? Ich war in dieses Solarium, ja? Die Frau sagt zu mir, wir haben nicht mehr diese Datteln, die man auf Augen macht. Datteln, die man auf Augen macht? Du meinst diese Sonnenschutz? Ja, außer wie Datteln, die man rauf macht. Sag, wir haben nicht mehr. Ich sag, egal. Ich bleib drin, ich leg mich hin, ich mach so. Ich dachte, ich teste einfach mal. Augen sind wirklich braun geworden. Ist dein Ernst gerade? Was ist mein Ernst? Warum lachst du denn jetzt? Hör mal auf damit, Alter! Hör mal auf mit der Scheiße! Warte mal! Warte mal! Was? Was mit deinem Arm passiert? Ich raste aus wegen dir! Hör mal zu! Ich hab... Dieses Snapshit, kennst du doch? Was? Snapshit! Snapshit? Snapshit, ja! Das heißt Snapshit, ja! Snapshit heißt du! Bruder, das heißt Snapshit. Scheiß doch nicht überall rein, Alter! Wo scheiß ich denn rein? Ich geh nur auf Toilette! Ist dein Ernst gerade? Das ist mein Ernst! Hör mir zu! Warum heißt es denn Snapshit? Das will ich dir doch erklären! Hör mir zu! Snapshit heißt, weil die Leute mir scheiße darauf lachen. Deswegen Snapshit. Was ist mit deinem Arm passiert? Hör mir doch mal zu, wenn ich was erzähle! Ich hör dir doch zu! Was ist mit deinem Arm passiert? Das ist kaputt! Ja, aber warum? Ich hab mich kaputt gelacht! Du musst mich verarschen gerade! Bitte geh mal! Mann, geh du doch mal, Alter! Geh mal bitte! Geh du! Geh mal einfach! Ich muss weiter nachdenken! Ich geh einfach! Wallah, was ist mit dem los, Alter!